Jo Moin, ihr Lieben, heute liebe Landrande und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu anno 1800 in der Kampagne. Jo. Ja, gerne geschehen, ne? So, haben wir die auch wieder gerettet. Du bist ganz und gar erstaunlich. Gemeinsam werden wir Ihnen die Stirn bieten, mit allem, was wir haben. Ja, jetzt ist es weg. Irgendwie gehen die Fenster nicht mal an, ich gehe die auf. Auch meine Insel muss evakuiert werden. Es ist nicht mehr sicher dort. Das hier wird unsere Festung sein. Eine Zuflucht fernab jeder Unterdrückung. Wir müssen sie schützen. Okay. Das pyrophorische Böse. Der ketzerische Kult der Göttin Pyr fasst in der neuen Welt Fuß. Saramentos Bewegung wurde grausam unterworfen und unterdrückt. Will der Kult nur die Ölquellen auf Pyro... Bitte, nimm sie auf. Ja. Nur die Ölquellen auf Prosperity ausbeuten oder folgt er noch weitere finstere Pläne. Ja, was? Ein Hospital? Tu es jetzt, solange der Mond auf den Fluss herab scheint. Was genau soll ich mit denen machen? Nähern sie sich der Flutter, um Gleitschutz zu geben. Okay. Äh, nee, nicht da. Da. Tu es jetzt, solange der Mond auf den Fluss herab scheint. Welcher Mond. So. Ihr bleibt mal da drinnen. Der war... Oh Gott, das Chaos für ein Ehring. Zugegeben. Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Sie tun, was nötig ist, um Haus und Hof zu schützen. Oh ja. Das glaubt man aber. Äh, also hier ist nichts mit Krankenhaus. Hier. Auch nicht. Oh Gott. Was kommt denn da noch, alle Freunde? Weshalb nur überleben. Weshalb nicht erleben. Ja, 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 ja. Was brauchen wir denn dafür? Mais haben wir und Rindfleisch könnten wir. Okay. Komm, probieren wir uns mal an Mais. Das ist hier. Ah, hier mit ein Mangel drin ist eine Ölquelle. Oh Gott, was ein Quark, ey. So, ich muss mal ganz kurz das hier einrichten in den Straßenhäusern und Co. Das riechen irre. So. Was langt ihr eigentlich theoretisch, wenn wir hier so eine... Okay. Die Brücke können wir uns nicht leisten. Wie sagen wir denn hier kein Holz? Alles bereit. Spielstand gespeichert. Die Waffenruhe wurde beendet. Wir hatten eine Waffenruhe. Achso, zwischen Willy Wibblesock und Beryl Amara. Okay. Oh. Wir müssen uns hier jetzt noch beeilen, um seine Insel aufzukaufen. Nicht, dass sie das hier sich wegschnappt. Kann ich eigentlich schon wieder? Ja, geil. Gib's schon zu. Die Insel ist eine echte Goldgrube, oder? Ja, definitiv, du. Ähm. Ich weiß nicht, Stein. Ja komm, bevor ich das hier zwölfmal runterkarren muss alles. Zumindest ein. So ein Teil kann man sich hier mal hinsetzen. Und dann langt's auch schon nicht mehr am Holz. So, was fehlt? Zehn. Aber wir haben doch hier ein Holzfiller, ne? Sägewerk, das Ding, ja. Eigentlich dürfte was haben, so. Aber wohin damit? Ja, ja. Schon Mittagspause? Jo, schon Mittagspause. Ist die Flotte inzwischen da? Nein. Wo ist die denn? Hier. Oh Gott, genau Gegenwind, ja. Was ein Glück. Ich liebe das Geräusche, was die machen, wenn die hier so vorbeisegeln, ne? Achtet mal drauf. Schleichen wir uns lautlos an. So. Ähm. Lalalala. 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 Schau mich grad. Kriegen wir hier noch einen zweiten erstmal unter? Das wäre sehr notbedürftig, aber... Was soll's? Sie hier unten verkauft, aber nix mehr, ne? Alter, ich dachte schon grad, hier sind Feinde. Bist du hier? Bist du hier, um zu helfen? Ne, primär bin ich hier, um Holz zu holen, aber das hast du nicht. Kaffee Röster, Puncho Weberoi. Nö. Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt... Ja, ja. Segler an unserer Seite. Volle Kehrt Wind, also was kommt denn da an? Also die Barrel Amara, die wird noch irgendwann richtig knackig, wenn man wieder das Gefühl... Wie viel liegen die Schiffe, die hier hat? Wird ein bisschen eng jetzt hier, Freunde. Ähm. Flotte bereit. So, Freunde. Segel setzen und ab dafür. Flotte erwartet Befehle. Gott, hausend, hier kommt jetzt hier nix, ey. Meine Flotte sind so arg hinterher hier. Alter, komm schon. Haltet das Ding auf. Die Räder drehen sich und nichts kann sie aufhalten. Der kam auch wieder aus dem Nichts. Oh, sie ist auch hier unten angekommen. Der kam ist eine feine Sache. Wo fahrt ihr hin? Meine Insel an. Wunderbar. Flotte geht auf Haft. Wir können tagsüber einladen. Ich werde ihre Taten nicht vergessen. Spielstand gespeichert. Flotte erwartet Befehle. Sehr schön. Gewähren sie Schutz für... Oberos 700... 170 von 600. Bauen sie ein Haft. Alter, wie viel? 600. Jesus, Freunde. Warte. Erstmal hier. So. Jetzt kommt das mit dem Holz auch ein bisschen schneller hier mal an. Ähm. Muss ich euch jetzt noch weiter beschützen? Neue Ziele? Ne. Ich verlasse in die Inselwelt, ne? Wunderbar. Selbiges rate ich auch dir. Auf in die alte Welt. Ja wunderbar. Rüber mit dir. So. Was gibt es hier noch Schönes? Kakao. Oh, hier wäre Baumwolle auch noch. Okay. Neue Befehle. Ich würde sagen, warum nicht? Solange wir es haben. Ein Feuer ist ausgebrochen. Jaja. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Mein Gott, was denn? Hatten wir hier keine Feuerwehren? Nach dem Neubau glaube ich nicht mehr mit eingebauten, den im Plan war. So. Jetzt noch eine Minute durch. Äh. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Oh, das Kontor war noch nicht mal ganz unten. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Die hat echt Power hier unten, Madame. Eieiei. Alte Welt. Oh, komm schon Feuerwehren. Hier brennt gleich alles. Oh, komm schon Feuerwehren. Danke sehr. So. Willi. 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 Das ist deine... Oh. Oh mein Gott. Die hat seine Hauptinsel schon komplett... Jemand kauft Anteile von meiner Insel. Ich bin Billy. Ja, das bist du. Ja, das bist du. Schrei doch mal früher um Hilfe, Junge. Alter Falter. Diese O'Mara oder wie die heißt, die macht mehr Stress als... mir grad lieb ist. Ganz ehrlich, Freunde. Ganz ehrlich. So. Ähm, wie sieht's aus, Konservum? Habt ihr inzwischen... Keine? Oh. Hehehe. Da war was. So. Jetzt brauchen wir nur ein paar Handwerkers. Ähm. Die. Und... Oh Gott. Wo war noch die hier wieder? Die Flammen wurden gelöscht. Aha. Du hast nicht so den guten Anschluss. Hm. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Schieber. Jetzt schwitzt er das... Ja. Schieber? Spielstand gespeichert. Was macht denn jetzt Schieber? Fracht verlangsamen, minus 20%. Okay. Oh, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Items. Wunderbar. So. Die einzigen, die sich glaube ich nicht mehr aus... Es langt echt nicht am Bauern hier. Freunde, Freunde der Nacht, ey. Alter, hier hat die auch schon? 100... Willi! Warte, dann bin ich fast pleite. Obwohl, der Zoo hier unten, das könnte gut Geld bringen eigentlich auch wieder. Haben wir denn noch gerade ein Schiff hier? Nee, das eine ist im Bau. Oh mei, oh mei, oh mei. Ich weiß langsam gar nicht mehr, wohin ich diese Stadt noch bauen soll. Das ist das Schlimme. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, schön. Wir wären dann so weit. Irgendwie noch... Nein, natürlich nicht. Nein, warum auch, ne? Okay, dann vergiss es. Okay, das wäre ja zu schön gewesen. Wow. Wieso reicht denn das nicht? Das sind Menschen, Kinder. Ich habe schon wo es gesehen ist. Warte mal. Doch, die haben auch alle, ne? Ja. Hm. Oh, warte mal. Hier könnten wir noch die Brücken mal aktualisieren. Ja. Ja, hallo. Waldler. so Macht das Ganze hier ein bisschen lebendiger oder? Wenn wir hier das alles mit Bäumen zu pflanzen. Ich wünsche die würden dann irgendwie sich unterschiedlich gestalten. So, ich nehme jetzt einfach mal ein paar raus. Ich nehme nämlich zu, eigentlich bin ich raus. So, zack. Ja, okay, ja, wenigstens ein bisschen Deko. Handel in Ditch Order. Das leben wir doch. So, der Wurst langt halt immer noch nicht, wa? Unglaublich. Oder liegt das einfach da an den Straßen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Okay, komm, dann setzen wir jetzt eben halt hier noch. Äh, da die hier. Machen wir halt noch mehr. Mit einer Einheit namens Arbeitskraft, die wir immer noch nicht haben. Mh, Freunde, Freunde, Freunde. Oh, wohin mit denen. Ja, das ist hier. Ja, das ist hier. Hm. Ne, das ist hier. Genau. Auch. Ja, wir vertreten auch ein bisschen. Ja. Ja, ich verstehe, es ist hier. Ähm. das sollte jetzt hoffentlich langen das musste jetzt in druck gehen klar sie haben an einfluss verloren konkurrenten sind eine allianz eingegangen ihre konkurrenz ist ein krieg ausgebrochen du bist im krieg mit wem mit allen außer mit mir unmöglich dein vorschlag ist ungerecht sagt nicht ich sagen meine berater ein neuer auftrag das wird das wird ein horror ich sag's euch so was wollen wir jetzt eigentlich alles von oben holen eigentlich stein holz machen wir jetzt unten braucht es wirklich eisenträger ich weiß es gerade gar nicht nehmen wir mal 10 mit 50 ja ansonsten schaut so ganz gut aus kommt halt noch mal von dem scheiß ok zack und ab in die neue welt bestätigen was bist du sind mitte zum zweck hatte ich sie auch durch sich mittel zum zweck sie sind der wurs muss doch mal langsam mehr werden oder nicht und wie viele einwohner brauche ich eigentlich noch um das hier mal auf 100 prozent zu kriegen ich glaube ich muss gleich das nächste sägewerk ding hier weg nehmen das ist unglaublich warte mal wir haben hier eigentlich ich könnte der tatsächlich weg wir haben noch vier stück so die eigentlich lange stand gespeichert so ich hoffe die hier lang und das da oben auszugleichen so fehlende ware eigentlich nicht was soll denn fehlen wenigstens leben um die menschen zu formen was habe ich die einen läuft auf 100 die andere nicht oder warum stein mehr sehr schön ja wir brauchen halt kriegsschiffe freunde es ist nützt nix ähm bist du ein klipper sagen sie nicht dass ich einen tendin bereit für den einsatz so wir machen es jetzt folgendermaßen ich verkaufe ein paar sachen ja oh und ich wollte zwischen den folgen das hier angehen ne wie sieht es aus ist Getreide aber noch da joa komm komm dann hebe ich mir das auf wozu noch mehr obwohl eigentlich nice wärs ja echt ne es mangelt an arbeitskraft ja ja gut die wird hoffentlich gleich mehr werden so machen wir eigentlich noch irgendwo ein strand wo wir hier ein paar fischer unterkriegen könnten im notfall weil 1 2 3 4 5 6 ich weiß ja nicht ob das ausreichend ist freunde also ich weiß ja nicht schon gewaltige stadt die wir jetzt hier reingezimmert haben finde ich zumindest auch so gut ja ich würde sagen auch für heute soll es jetzt erstmal wieder gewesen sein ich bedanke mich für das einschalten wenn es euch gefallen hat nicht vergessen kommentieren abonnieren bis zum nächsten mal cheerio